hallo liebe Zuschauer herzlich willkommen zu einem neuen Part vom Bohnenspielprojekt in minecraft uah es geht so weit weg runter uah so weit runter also ich bin hier am spawnen wieder ich habe ja gesagt ich mache nochmals den spawnpunkt genau und jo jetzt können wir schön locker mal ein bisschen kurz umher reissen um die wichtigen bäume noch zu holen das bauen von einem bauernhof ich habe mir ein bisschen gedanken gemacht über den bauernhof und jo kann mir den eigentlich hoffentlich easy bauen vor allem mit holz jo werden wir sehen jo dankeschön für die gute reaction im ersten Part ist wirklich toll dass es euch gefällt hoffentlich ja manchmal sind die Aufrufe auch nur irgendwie wegen einem Keyword oder so aber schön eine grosse Tanne schade so ein mega tiger biome hätte ich gerne hier und jo wir werden natürlich hoffentlich hier auch überall etwas bauen können ich weiss nicht diesen Berg ist wahrscheinlich nicht für eine Burg oder so flach genug oder so ist auch Schnee oben aber irgendwo eine Burg bauen nicht vielleicht dort drüben oder so jo wir haben genau vor dieses Dorf hier auszubauen weil das ein bisschen weiter weg ist dieses Dorf werde ich mal ja ein bisschen design vielleicht gibt es auch noch Dorfbewohner dann weil es zu nah ist genau und ich muss hier nach rechts gehen und die Welt sieht sehr schön aus ich mag die Flüsse wirklich schön können wir sehr viel Wasser auch gewinnen okay ich hoffe hier ist nicht Tiefschnee hallo ich möchte nicht noch runter gehen und den Schnee versinken ja sehr gut okay wir haben es geschafft wunderbar also dieser Pulverschnee meine ich den habe ich langsam ein bisschen unter Kontrolle also ich schaufel halt unten in der Taskbau ist eigentlich immer Pflicht wenn man halt dort rein geht dann damit man das wieder abbauen kann und nicht gleich jo vereist glaube ich aber so oft ist mir das gar nicht passiert ich habe einfach am Anfang Schwierigkeiten gehabt mich zu erringen also daran jo so wir haben scheinbar noch keine Axt und wir haben ein rosa Gummiboot ja ich habe eins gemacht und hatte nur dieses Holz dabei das sieht einfach peinlich aus so ein bisschen aber ja nein es sieht nicht peinlich aus aber sieht so richtig übertrieben unrealistisch aus oder ich glaube es gibt nicht perfektes rosa Holz also es ist ja schon fast perfekt rosa ich mochte früher ich weiss nicht bei Feed the Beast ist wahrscheinlich der Bioms Mega Bioms XL Mod drin gewesen mag wirklich die Farbe besser vom rosa aber wahrscheinlich ist dort auch noch ähm ja das rosa bisschen her oder die ähm Sicht also ja so die Bäume die dauern ein bisschen gut dass sie nicht umfallen irgendwie so auf meinem Kopf mit dem Holz kann man wirklich schönes bauen so ja wie geht es meinen Zuschauern so ähm ja habt ihr genügend Spass freut ihr euch auf den Server auf dieses auf diese Dynamation wo man zusammenspielen kann dann und freut euch euch auch auf die Plugin Startup Hexen so weil jo wir müssen natürlich schon gucken dass wir noch ein bisschen etwas erweitern können Minecraft ist zwar wirklich spitze langsam es harmoniert mega was so zusammen kommt aber jo man braucht natürlich immer noch Spielspaß noch einige Zeit und ich freue mich auch riesig auf die Streaming Welt wo man Streamer einlädt und Videomacher und da wird natürlich jo dann auch einiges abgehen ich hoffe auch ein gutes Projekt wie zum Beispiel Kräfte Deck 10 das wurde wahrscheinlich wieder sehr gut designt sie haben auch schöne Sachen gebaut und jo hat mir zwischendurch sehr gefallen hatte aber zu wenig Zeit um jetzt wirklich jo sehr oft dabei zu sein ähm ich habe ein bisschen beim Spark of Phoenix geschaut der hat nämlich ein gigantisches Haus gebaut und ja ich hatte auch schon mal vor etwas gigantisches zu bauen könnt ihr vielleicht auch ein bisschen erinnern aber jo ich kann nicht den ganzen Tag nach Holz fahren wie viel Holz braucht man für so einen kleinen Block oder wenn er irgendwie was war 32x32 war oder 64x64 sogar ne ich glaube 32 oder 16x16 aber auf jeden Fall viel zu groß oder es braucht so viele Unmengen Holz was er meistens verwendet hat oder Stein Bricks jo so ich kann gar nicht so viel Rollenspiel momentan machen wir farmen einfach kurz noch ich möchte immer sehr viel so mit Tieren und mit NPCs also mit Dorfwohnen und so reden ich möchte halt wirklich das auch so ein bisschen mit dem Streaming Projekt machen dass wir eine Art Rollenspiel Projekt machen das jetzt auch nicht so übertrieben ist wie dieses Let's Play aber ähm jo ah da ist Tiefschnee cool ich habe Tiefschnee gefunden ja ist ein bisschen blöd so ich werde jetzt mal ein paar Blumen hier mitnehmen und die Blumen ja auch manchmal wieder setzen damit sie jetzt die Schau sieht und vervielfältigen geht relativ gut also hier ist blaue Blumen muss ich merken nehme ich einfach ein bisschen mit das sieht schon cool aus wenn so viele blaue Blumen sind das hat so einen richtigen coolen gemütlichen Touch oh gemütlich haben in Minecraft ich werde mir immer so sehr so einfach von anderen Games wie zum Beispiel die Hack'n's Lays die ich spiele einfach mal so ein bisschen abschalten sagen ja jetzt spiele ich mal etwas chilliges und ich habe keine Wohle einfarbige Wohle drei gleichfarbigen Wohle jo wir können uns eigentlich zurück teleportieren wir haben ja eigentlich hier alles entdeckt aufhalten werde ich ja euch nicht ihr wollt ja ein bisschen Warnung sehen deshalb die Teleports und ich habe gemerkt ich habe eine Säule kaputt gemacht wieder das ist mir noch nachgefahren nach dem Part 2 so dann haben wir wieder ein bisschen etwas so haben wir das Holz gerade ja ja also wo war der Block hier ja ja zu weit hoch will ich nicht also welches Holz verwenden wir denn ja wir haben das Birkenholz gesagt wir könnten Dschungelholz irgendwo noch holen aber als erstes mal Birkenholz sonst haben wir eben wieder alles nur Reisen ähm wird wahrscheinlich im Rollenspiel viel interessanter für euch sein aber ich möchte euch nicht irgendwie zwingen da die Video durchzuklicken nur weil ja nichts los ist und nichts passiert nichts gesagt wird richtig solche Let's Plays mache ich sowieso eigentlich nie will ich eigentlich nie machen dafür brauche ich natürlich auch eure Hilfe müsst ihr mir sagen was nicht so gut ist was ihr ihr hättet und ich muss halt auch ein bisschen mich damit befassen oder bisschen üben 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 macht der Meister also ähm die setzen wir mal an wir machen mal 8 ja können wir hier hinten anpflanzen so wunderschön ja und Minecraft hat natürlich wirklich am meisten Spass wenn man zusammen mit anderen Leuten Rollenspiel machen tut und ich weiss jetzt nicht wie lange das äh das Display gehen wird es wird natürlich nicht aufhören solange es gut geht solange ihr Spass habt und ähm ich werde mal da reichen holz ne ich das mal reinladen so das geht sowieso besser jetzt nehmen wir ein bisschen mit ähm wir haben immer kein Eisen mehr nur noch mal ein Stück ich möchte unbedingt noch ein Shade machen wie geht jetzt ein Shade ähm so ich habe bis jetzt immer eh die wenige Shade gemacht genau weil ich die meistens einfach jo geschenkt bekommen habe auf Servern irgendwo gefunden habe in Modpacks oder so und im Singleplayer eigentlich fast nie verwendet also Blockfest fast nie ja der Schwierigkeitsgrad muss natürlich auch höher gehen ich bin jetzt mal anfangen auf easy weil ich möchte ja eben ein bisschen mehr reden ein bisschen mehr halt das Spiel geniessen aber sobald ich eigentlich jo nicht gerade hier bin wo es NBCs hat oder so mache ich dann immer auf schwer und ja beim bei den grossen Bossen vielleicht noch ein bisschen auf normal oder so so ich will ja nicht unterfordert sein und wir waren ja Spaß zusammen also ja wenn ihr einverstanden sind und ich einverstanden sind was ich so spiele was ihr auf dem Server so spielen wollt dann ist das natürlich am besten oder ok da drüben ist wieder ein warnder Händler ich dachte schon eine Hexe aber die spawnen nicht am Tag am Tag und sie sind ja auch lila nicht blau genau wunderbar ja also schauen wir mal kurz wir haben ja einfach ich glaube nur einen Smaragd ja es ist eigentlich der gleiche wie gestern tun sich die nicht pro Tag oder pro Spawn wechseln oder es ist mit fünf so ein Setzding zu viel wir haben ja in der Nähe ein ein Ding eine Savanne glaube ich so ähm gut jetzt haben wir so langsam ich könnte die Taktikrate eigentlich ein bisschen höher stellen aber das ist für mich auch gecheater weil das Spiel ja nicht will unbedingt dass wir das umstellen so immer die falschen Sachen unten in der Taskbar weil irgendwie automatisch das Weizen zuerst aufgesammelt wird scheinbar ja so Kartoffeln so sind irgendwie noch äh Dinge rote Beete haben wir nicht irgendeine rote Beete da drüben nö ok gut wir müssen etwas essen das geht nicht so also ich tue die Pflanzen hier die Kirschblüten irgendwo anders anpflanzen ähm damit wir hier Heuer bauen können und nein nein nicht die Birke ähm die Eiche die Birke und die Eiche schöne Damen hm das brauche ich zum ausbauen also ich finde so das Holzeich meistens nicht ganz so schön zum bauen ähm ähm weil es ja nicht so gut designt ist ähm es hat so so graue Sachen drin und ja die Furchen sind nicht so gut ersehbar ähm aber ähm wenn man das ein bisschen mischt oder zum Beispiel mit diesem Holz und so das sieht unglaublich gut aus also also was haben wir denn sonst noch ja ich brauche ja die Zäune ähm da nehme ich das dunkle schwarzeichenholz dafür ich mag diese Zäune so da haben wir schon mal genügend für Kühe damit wir so schnell wie möglich Zaubertisch machen können ähm also Bücherregale klar könnte eigentlich die Kühe hier so in der Nähe halten aber ich mache die jetzt mal hier hin so schön und ich möchte wirklich ein bisschen ja warten mit den anderen Tieren die sind ja nicht so wichtig ähm damit ich wirklich schön das Gehege designen kann ähm jetzt bin ich doch eins zu weit aber ist ja dort vorne schon genügend ja damit wir ähm ich tue jetzt wirklich irgendwo anders anpflanzen das geht einfach nicht ähm ähm die können wir eigentlich hier hinten und dann die machen wir hier oben ähm aber nicht in der Nähe vom äh schwarzeichenbaum hier da so dann haben wir hier schön ähm ja ich bin ja auch schon mehr mal so ein bisschen der Architekt gewesen auf den Serben habe ich so ein bisschen gezeigt was man eigentlich machen könnte den Leuten wirklich Feedback angenommen also von den Leuten ähm ähm ihnen eigentlich so ja Ideen gebracht wie hm das geht hier nicht so gut mit dem Fenster nein Fenster sind aber auch gut so jo einfach es ist so auf den meisten Serben tun die Leute ein Haus bauen damit sie das Spiel spielen können mehr nicht dass sie Lager haben ähm und ähm ähm wenn man jo erfahrener ist oder einfach auch Lust hat und so dann macht man natürlich auch Häuser die wirklich aufwendiger sind meistens halt Villen neumodische oder eher altmodische Gebäude ziemlich in einem Stil und das ist meistens so für die Allgemeinheit ein bisschen zu langweig dann also du gehst ein bisschen um dein Haus laufen und die meisten Häuser haben Eichenholz fertig und das ist natürlich jo wie die meisten die wirklich gerne auf dem Server sind viel spielen so dann auch ein bisschen Depri machen also vor allem für mich und ich weiss was man eigentlich erbauen kann ich ich habe sehr viel erfahren ich habe gesammelt von diesem Spiel ich habe es ja 2009 gekauft und damals war es mega günstig glaube ich nur 10 Euro und äh ich hatte einen heitenden Spass seitdem nie aufgehört zu spielen ähm jo und dadurch habe ich einfach Ideen ich könnte jetzt ein Haus bauen also ja jetzt habe ich ein Nothaus gebaut das ist natürlich nicht so interessant aber ich könnte irgendwas einfach aus meinen freien Gedanken oder nicht mal Gedanken bauen und das würde ja wirklich schön aussehen hoffentlich also es sieht einfach detailliert aus das meine ich aber wie schwer ist es für einen Neuling da irgendwie etwas zu designen wenn er meist nicht sicher ist ob das wirklich den anderen gefällt oder so oder einfach zu wenig Blöcke kennt und so weiter das habe ich schon das Gefühl das hat die meisten gar noch nicht so viel üben konnten weil sie einfach das Spiel anders spielen oder ja einfach irgendwie die keine Lust haben oder bauen ist halt eine Arbeit Architekt sein ist sehr schwer das zählen und so abmessen ist schwer genau so jetzt machen wir mal kurz ein Lagerfeuer ein Lagerfeuer einfach eine Sticks so um uns zu wärmen und ein bisschen Essen dort zu braten weil das kostet keine Kohle so gut und das machen wir eigentlich hier vorne dran schön ein bisschen im Schatten ein bisschen schräg hier und dann können wir eigentlich Wohle machen ich suche nämlich schon lange die Wohle ich habe sie einfach nicht gerade gesehen weil zuerst einmal kann man hier dann so Sitzplätze machen ich mach das lieber ein bisschen die Seite so und danach so einen Überstieg genau gut dann holen wir mal Kühe wir haben ja schon wo ähm Ding Getreide Weiz äh ja Getreide und ähm dann brauchen wir eigentlich noch Sand für die Fenster und den Boden mach ich wahrscheinlich einen Wohlboden oder so mal gucken also ähm ja stehe ich gerade wieder auf dem Schlauch ähm was wollte ich jetzt gerade machen hm ich brachte das Weizen genau so ähm die Leuchtflechte oder so die möchte ich gerne nutzen aber ich weiß nicht genau wo vielleicht im Keller dann ich möchte sowieso sehr viel lagern also ein Bauch muss lagern und deshalb ja die Seegurken können wir eigentlich ein bisschen anpflanzen aber die vervielfältigen sich leider nicht sehen aber schön aus und später könnte man ja auch noch ein bisschen mehr sammeln so der Lachs muss ja nicht unbedingt geschlachtet werden lass die Lachsschlachtung Lachsschlachtung hehehe gut aber es ist schön dass wirklich Rollenspiel auch ein bisschen motiviert zum Bauen oder ja zum ein bisschen spielen gut gut hier haben wir auch noch hier haben wir noch ein Portal habe ich das geplündert das ist glaube ich da gewesen wenn ich nicht aufgenommen habe aber es ist keine Savanne gewesen ich dachte ich habe aber eine gesehen vielleicht habe ich sie nur gesehen als ich hier Kirschblüten angepflanzt habe ich gehe mal zum Portal und währenddessen können wir noch ein bisschen rumspielen ja machen zwischendurch so genau in dieser Höhle war ich auch noch kurz nein das war nicht das Loch wo ich dann den zweiten Part begann war sehr schön diese Höhle genau hier bin ich einfach durchgelassen ah genau das ist die Höhle wo hier ein Skelett stand und das hat mich immer getroffen das war so unnötig schwer ja Skelette können wirklich sehr sehr gut treffen das ist so gut ich fühle mich jetzt schon ein bisschen sicherer mit dem Shit in der Nacht wir könnten jetzt wirklich ein bisschen in der Nacht auch ähm ja Monster also wirklich durch die Nacht gehen Monster schlachten ähm habe aber noch zu wenig Eis um wirklich uns zu schützen ohne Schlucht geil wow ich tue so gerne schwimmen weil ich es einfach auch langsam kann ich habe mich so lange schwer gehalten man ist 1.13 gekommen an einer Phase wo ich einfach nicht ganz so viel Minecraft spielen konnte und ähm ja es gab ja eben der 1.12 Patch wo viele Mods gab und der hat so viele Leute angelockt und mit 1.13 war irgendwie etwas eingebaut worden wo die Leute wieder vertrieben haben von die Modder und dadurch sind einfach viele Leute weg gewesen und ich war auch ein bisschen enttäuscht ich habe zwar nicht aufgehört ich höre nie Spiele auf die mir gefallen beziehungsweise die weiterentwickelt werden es gibt viele Spiele die mich so sehr gefallen aber ja sie werden weiterentwickelt das motiviert mich oder und ähm Minecraft macht das schon gut sollten aber wieder öfters Updates bringen das ist wirklich gerade ein bisschen zu wenig wie viel ein Jahr jetzt also kommt der wirklich erst im Sommer der Patch ich habe nichts mehr gehört es ist nur noch ein Snapshot für die Java Edition rausgekommen und sonst nichts also ja da diese Tempel diese unterirdischen Tempel jo ok scheinbar habe ich hier noch nichts gut Wasseraffinität ok wusste gar nicht dass die dort drauf sind auf dem Helm ja eigentlich ist es ja logisch auf dem Helm wegen dem Atmen nein so nehmen wir mal das mit ich möchte eigentlich die Goldblöcke haben die sind zu schwer erreichbar ähm gut so ich muss kurz ein bisschen mehr Ton machen ich höre gar nicht so viel ich hoffe bei euch ist der Ton gut naja ist schon gut ich habe das ja leise gehabt gerade ähm weil bei mir ähm ist so ein bisschen das Drehrad für den Sound ein bisschen lockerer also genau an einer Stelle wo ich auf das auf den Schreibtisch komme ja und dann ist einfach der Sound ein bisschen zu leise manchmal ja meistens zu leise und YouTube Videos sind manchmal zu laut habt ihr das auch schon mitbekommen die grossen machen immer wieder lauter weil sie immer wieder bessere Mischpulte oder so kaufen und ich habe noch kein Mischpult also ich könnte mal eins kaufen aber ich weiss nicht wie ich das so einstellen soll und kann also kann mit dem mit der äh mit der Anleitung schon oder aber meistens haben Elektrogeräte gar keine Anleitung mehr und deshalb ja es ist natürlich nicht gerade so einfach dann einzusteigen wenn man schon lange nicht mehr gemacht hat also ein Mischpult hatte ich mal aber das war so pingelig klein also so einfach so ein Mikro Mischpult und eine Webcam wird vielleicht auch wieder kommen wenn ihr das wollt einfach wegen den Livestreams auf den Serben und so aber da muss ich zuerst umziehen denke ich mal oder auf jeden Fall einfach mehr ähm Zeit haben das hat man ja an der Wege echt nicht das ist so doof dass du gezwungen wirst eigentlich mit den anderen mitzumachen schon krass boah jo ich komme hier nicht so gut hoch ohne ab ja abzubauen und so ok gut also schauen wir uns mal hier die Aussicht an irgendwo weiter oben das ist ein schöner Berg also ich denke ich könnte hier wirklich die Burg bauen die muss ja nicht so eine flache Ebene haben sondern die Mauer muss ja ringsum gehen so also hier so eine Stadt bauen zum Beispiel hier am Wasser entlang einfach ja die Berg also die Burg hier und dann so eine Festungsstadt hier hin dann haben wir hier so das Elendviertel wahrscheinlich wenn ich schon dran denke nein wir machen natürlich nicht so extremst Armut oder so außer ihr wollt es natürlich jo so ich kann gar nicht so viel Rollenspiel machen merke ich jetzt in diesem Part es sind wirklich noch Sachen wichtig zum erzählen die halt nicht so Rollenspiel typisch sind aber wir machen ja einen Vlog also das reicht doch wenn ihr da nicht gerade so sehr seid ich habe ja ein Projekt das geht ja Rollenspielprojekt von meinem Server dann wo ganz viel Rollenspiel ist wo man sich wirklich auch nicht kennt und so Sachen aber das macht meistens dann einfach auch ein bisschen jo weniger Spass oder es ist dann zu viele Pflichten Regeln und so Sachen dann könnt ihr mal eine Höhle ein bisschen umgestalten ein bisschen ja Design das würde sicher sehr schön aussehen so die Wildnis einfach zu machen aber das glaube ich auch ein bisschen mehr ja okay auf beiden weil hier haben wir ja ein paar Dingschüsseln Bitsartigen Motten so und ich will immer wieder ich drücke immer wieder die C-Taste ich will immer wieder zoomen dann ah wir haben noch kein Ding gemacht ja genau wir brauchen ja die Splitzer da die Amethystensplitter wo ist jetzt die Schere hin da gut also wir scheren ein bisschen dann brauchen wir keine Schafe schon so schnell zu halten und ähm ja die Savanne die muss halt noch kommen sonst müssen wir irgendwie drei Smaragde herbekommen also dann zu einem Berg gehen und dort ein bisschen durchbuddeln oder so ja oh hier hat es viele Creeper auf der Map so ähm Birkenwald ich gehe jetzt einmal hier ringsum und schaue mal ob das eine Insel ist von Flüssen gebaut generiert und okay da ist eine Bienenwabe am Boden da die kann ich auch mal ein bisschen sammeln ich weiß dass ich viel mit schwarzer Farbe machen möchte hoho black is the new white äh white is the new black äh ich will ja keine schwarz weiß ähm Bühnen machen Filmbühnen sondern irgendwie okay der See ist wirklich wunderschön wow so genial nein dieses Loch können wir noch schauen wir haben leider ein bisschen zu wenig Essen ich kann nicht immer so durchgehend ähm drinnen okay jetzt sind wir voll ähm was brauche ich nicht ich habe das Fleisch müsste ich eigentlich nicht mitnehmen aber nehme ich mit also Läde können wir nachher ähm holen nein die Kuh so ich möchte gerne doch ein bisschen schlachten ein bisschen ähm ja schlachten mache ich die Kühe aber ich möchte eigentlich ein bisschen äh Monster besiegen Monster schlachten es gibt übrigens ein Mod Pack das mega gut an Pass of Excellence Diablo 2 erinnert und ähm das möchte ich gerne spielen vielleicht auch ein bisschen Diablo 4 natürlich und Last Epoch wo ich spiele okay da gibt's Fichten hatten wir schon Fichten ich hole jetzt einfach mal noch Fichten Setztlinge ähm ja leider ist der Part leider schon zu Ende hier bei den Kürbissen kann ich auch ein bisschen den Part beenden und direkt den Nachfolgepart machen um ein bisschen Monster zu schlachten genau äh gut Dankeschön fürs Zusehen und ja bis äh ja zur nächsten Folge Tschüss mit der dass ich